So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, ein kleines Ausbeutelvideo zum globalen GoFest 2023. Ich möchte mal kurz zeigen, was ich gestern, heute ungefähr so bekommen habe, beziehungsweise möchte ich einfach die Sachen zeigen, was mein Ziel war. Ich halte es klein und kompakt, ihr werdet nicht alles sehen, weil das, was eh schon alt ist, das, was es eh schon die ganze Zeit gab, das, was ich eh schon hatte und in allen anderen Videos vorher gezeigt habe, das interessiert die meisten von euch nicht, das interessiert mich nicht, das ist, das ist wurscht, ne. Ich werde mich auf die neuen Sachen konzentrieren, zu zeigen, was von den neuen Sachen, von den neuen Shinies, die jetzt da sind, habe ich bekommen und, ja, Stimmung ist trotzdem irgendwie ein bisschen geknickt. Ich nehme das jetzt hier auch um halb drei, um 14.30 Uhr auf, am zweiten GoFest-Tage, obwohl das GoFest bis 18 Uhr geht. Letztes Jahr waren wir ja in Gera, dieses Jahr ging das ja nicht durch die Geburt meines Sohnes und, weil das zu stressig wäre mit dem kleinen Kind und dann acht Stunden da auf dem Markt rumrennen und hin und her und dann ist es auch noch so warm gewesen die ganze Zeit, da musste man diesmal ein Jahr aussetzen, deswegen, ja. Pupsi hat wieder ordentlich gefangen, wir haben unsere sechs Spezial-Trades gemacht, gestern hat sie mir auch ein paar Shinies abgegeben, so, die ich selber nicht bekommen habe, wir haben das direkt gleich genutzt. Heute die sechs Spezial-Trades zum Beispiel habe ich mit alten Pokémon gemacht, die mir noch als hundertprozentige fehlen. Ihr seht hier drei Suikun und drei Kresilja, da kann ich ja mal kurz drauf gehen, das waren die sechs Spezial-Trades von heute. Heute ist, kann ich gleich dazu sagen, alles schlecht geworden. Ich brauche ja noch ein hunderter Suikun, ich brauche noch ein hunderter Kresilja. Suikun müsste ja irgendwann eh mal wieder kommen, weil das war schon lange nicht da, die anderen Raubkats waren auch schon lange nicht da. Da brauche ich XL, um alles hochzuziehen und auf Suikun-Jagd zu gehen, Kresilja war erst da, da sind die XL natürlich voll, aber das hunderter fehlt auch. Das seht ihr, auch nicht spektakulär, gibt es eigentlich nichts großartig, was man da beachten muss. Und gleichzeitig habe ich die letzte Seite von der Spezial-Forschung hier auch mal noch aufgelassen, das GoFace 23, Himmel hoch hinaus, 5 von 5. Da gab es ja, es ist immer noch alles sehr verwirrend, ich habe ja gesagt, ihr braucht kein Ticket für die Spezial-Forschung mit Rai Quasa. Also den Meteorit und die Forschung hat man bekommen, komplett kostenlos, jeder, aber die hatte nur zwei Seiten. Und wenn man ein Ticket hatte zum GoFest, hat man nach den zwei Seiten nochmal eine neue Rai Quasa-Forschung bekommen, die fünf Seiten hatte, wie ihr hier seht. Und die könnte man theoretisch jederzeit zu Ende bringen, um nochmal auch das zu erklären. Da war nämlich auf der zweiten, bei der zweiten Forschung war eine Aufgabe mit, spiele fünf Rates, gewinne fünf Rates. Auf jeden Fall, das war da hinten, stand nochmal, gewinne fünf Rates, wer jetzt sagt, was, ich bin Free-to-Play-Spieler. Niemand hätte Fan-Rate-Pässe ausgeben müssen, ich habe auch keinen einzigen Fan-Rate gemacht, weder heute noch gestern. Ich habe nur meine freien Pässe mit dem Ticket weggehauen, das waren gestern neun, das waren heute neun. Mehr habe ich dann nicht gemacht. Und niemand hätte Fan-Rate-Pässe ausgeben müssen für diese Forschung, niemand hätte generell irgendwas ausgeben müssen, wenn ihr ein Ticket habt, natürlich eure Pässe, die frei sind. Ihr hättet Zeit, manchmal tun sich die Aufgaben ja auch abändern, dass ihr dann statt fünf Rates gewinnen, müsst ihr halt fünf Feldforschungsaufgaben machen. Das kann auch sein, wie das da ist, weiß ich nicht, obwohl, wenn man fünf Rates hat, könnte man jeden Tag einen Raid mit dem kostenlosen Raid-Pass machen. Das möchte ich jetzt hier am Ende trotzdem noch abholen, da steht auch noch, verwendet 20 Power-Ups bei Pokémon. Und da habe ich was Besonderes noch vor, ihr seht auch hier Dian Zee im Hintergrund. Ich gebe mal kurz Dian Zee ein und alle sagen, dass Dian Zee ein richtig starker, brutaler Angreifer werden soll. Leider gab es ja kein weiteres Dian Zee. Wir haben ja, also bei Shaman war es so, wenn man Berlin, Sapporo und was weiß ich, oder wo das auch immer war, wenn man das alles gespielt hat, hat man bei jedem Go-Fest ein Shaman bekommen und beim Globalen nochmal ein Shaman. Jetzt habt ihr hier aber bei vier Go-Festen insgesamt trotzdem nur eins bekommen und bei den jeweiligen anderen dann eben nur Energie. Das heißt, ich habe nur dieses, exakt dieses eine Dian Zee. Das kann ich nochmal kurz bewerten. Das hat hier so eine Treppenbewertung mit 10, 12, 15 und das habe ich seit dem Tag auch immer einmal mega entwickelt. Müsste ich dann heute theoretisch auch und habe mir gedacht, ich muss eh Power-Ups machen noch für die Aufgabe. Ich werde einfach ein paar Power-Ups machen auf dieses Dian Zee, um das mal auf Level 40 zu pushen. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie viele Bonbons ich dafür brauche. 268. Ich werde jetzt von den Sonder-Bonbons noch ein bisschen umwandeln, dass wir 268 haben. Denn ich habe auch mal, glaube ich, ein Video gemacht, wo ich geschrieben habe, alle mysteriösen Pokémon auf Level 40 gepusht oder so. Das war mein Ziel. Ich werde noch keine XL dafür verwenden. Das ist auch wichtig. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal Dian Zee und dann kriegst du ein besseres und dann möchtest du die Dian Zee XL für das Bessere nutzen. Oder wenn du mal einen Hunderter kriegst, möchtest du es dafür nutzen. Aber ein mysteriöses auf Level 40 zu pushen, was du einmalig aus der Spezialforschung kriegst, das kannst du ruhig machen. Das ist ja auch nicht so teuer. Ich weiß eh immer nicht, was ich mit meinen Sonder-Bonbons machen soll. Deswegen habe ich das jetzt hier auf 2654 gepusht. Wir können das auch für das Video noch einmal mega entwickeln. Ich muss es heute sowieso noch einmal mega entwickeln. Entwickeln wir es halt jetzt einfach mega, damit ihr nochmal seht, auf Level 40 mit einer schlechten Bewertung, wie weit das dann jetzt kommt. Dann habe ich also meine Trades gezeigt. Ich habe meinen Dian Zee gepusht. Das war mein Ziel für heute noch. Habe es auf Level 40 gezogen, so wie ich das mit allen anderen Mysteriösen aus den anderen Quests und Forschungen auch immer gemacht habe. Hat jetzt sogar 4259. Das sieht schon besser aus. Das war nämlich sonst vorher bei 2700 oder so. Das sieht halt nach nichts aus. Bräuchte sicherlich noch andere Attacken. Die XL spare ich mir aber. Kann jetzt natürlich den Rest hier abholen von der Forschung. Da gibt es nämlich nochmal drei Quaser-Bonbons. Und hier unten gibt es ein XL-Sonderbonbon und eine Top-Lade-TM. Eine Top-Sofort-TM, eine Top-Lade-TM. Beides hier mit drin. Das aber eben nur mit Ticket. Denn ich sage es nochmal, ich finde das Ticket hat sich gelohnt. Schon alleine wegen den Rate-Passen. Wenn du 15 Euro bezahlst und 18 Rates damit machen kannst, wo du sonst 18 Euro für 18 Rates bezahlst, dann hast du das schon drin. Plus erhöhte Shiny-Raden, plus D&C-Forschung, plus 2-3-Quaser-Forschung, plus alles mögliche, plus 6 Spezial-Trades. Also ich sage immer, lohnt sich, Ticket lohnt sich. Jetzt möchte ich ganz kurz mal die 4 Sterne zeigen, die ich bekommen habe. Also die 100%igen Pokémon. Und da bin ich total stolz. Nicht auf dieses Flunkkiefer. Flunkkiefer 100%, okay, ist am Start. Konnte man mitnehmen. Hier ein Praktibalk in 100%. Ich habe letztens bei einem Tausch-Video, bei einer Tausch-Trade-Session einen 100%-Glücks-Praktibalk bekommen. Und habe gedacht, richtig cool, das hat mir ewig gefehlt. Jetzt ist ja schon bekannt, dass bald der Praktibalk-Z-Day wahrscheinlich kommt, im Oktober oder so. Da nicht verkehrt, wenn man schon ein 100%er hat, was man entwickeln kann. Ich werde das auch noch nicht pushen, ich werde das auch noch nicht entwickeln. Weder das andere, noch das jetzt. Habe jetzt aber schon zwei. Das heißt, mir würde nur noch ein 100%er Praktibalk fehlen. Für die Familie, das ist cool, dass die auch vollständig ist. Und die müssen alle irgendwann mal auf 50. Meister Grief sowieso ein richtig starkes, geniales Pokémon. Was mein Highlight aber war, neben dem Praktibalk, was wir aufheben müssen, ist dieses hier ein 100%-Rokara. Ein 100%-Rokara, wo es jetzt daran geht, das auf 50 mal zu pushen. Ja, das ist in der Superliga, ist das ein richtig tolles Pokémon. Aber für die Superliga braucht ihr ja kein 100%iges. Ein 100%iges würde ich gerne maxen. Kann ich noch nicht? Ich habe gerade mal 62 XL Bonbons. Ich suche mit diesem Video also einen Tauschpartner, der sagt, ich habe mir 100%-Rokara aufgehoben. Wenn du 100%-Rokara hast, lass uns die Mirror traden hin und her. Dann kriegt man ja aus 100%-Rokara, die man weggibt, 100XL. Das heißt, ich bräuchte nur ca. 200%-Rokara, die ich weggeben kann, um 200%-Rokara XL zu bekommen. So, dass ich das dann mal auf 50 pushen kann. Das ist mein nächstes Projekt, was ich jetzt angehe. Das heißt jetzt aber, Henry, weil Henry der Letzte war, der mir mal ein Ticket gegeben hat. Und deswegen habe ich das jetzt als Buddy genommen. Will auch damit ein bisschen laufen, dass da vielleicht auch noch ein bisschen XL reinkommen. So, 1467 hat das jetzt gerade hier auf Level 40 mit 100%. Würde insgesamt dann aber kommen auf 1658. Dann ist es sicherlich unbrauchbar und total bescheuert. Mir aber egal. Ich nehme das so mit. Über das Praktipal habe ich mich sehr gefreut. Und über das Rokara. Das ist so wie das 100%-Rokario beim letzten Mal. Das ist einfach Hammer, oder? Also, ich habe hier ein 100%iges Dings. Dann schreibt es mir in die Kommentare, Rokaro. Und jetzt zum eigentlichen Video, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar mein Ziel war ja, ich habe es auch so gesagt, die vier Pikachus in Shiny mit den Kronen zu bekommen. Denn alles, was released wird, neu als Shiny, kannst du ja nach dem Go-Fest auch weiterhin bekommen bei diversen Events. Nur Sachen mit Kostümen, wo das Kostüm ans Go-Fest geknüpft ist, ist wichtig beim Go-Fest zu bekommen. Ich habe hier dieses bekommen mit dieser grünen Krone. Ich habe das bekommen mit der blauen Krone. Ich habe das bekommen mit der rosanen Krone. Und das mit der gelben Krone. Und damit ist mein Ziel, was die Shinies angeht, eigentlich schon erreicht gewesen. Nämlich alle vier Pikachus in Shiny zu bekommen mit den Kronen. Hier ist das 100% Flunkkiefer. Das habt ihr ja schon gesehen. Raids. Ich habe am ersten Tag, wie gesagt, meine neun Pässe verbraucht. Für Kyoko und Groudon. Beziehungsweise habe ich nur Groudon Raids gemacht, weil ich bei beiden jeweils 600 XL sammeln wollte. Da war ich die ganzen Wochen über schon ein bisschen dran. Ich hatte bei Kyoko die schon voll. Da habe ich am Samstag meine neun freien Pässe für Groudon gespielt. Ich habe kein Shiny bekommen, weder bei Groudon noch bei Kyokre. Heute habe ich meine neun freien Pässe gespielt bei Megarei Gwarzer. Und habe da ein Shiny rausbekommen. Deswegen steht das hier. Dann haben wir Shalellos. Shalellos war ja eigentlich angekündigt in dem einen Habitat das eine. Im anderen Habitat das andere. Dann hatte ich das Rosane schon. Mir hat das Blaue noch gefehlt. Aber irgendwie haben die Habitate, das hat ja gewechselt, dass das Blaue in den Blauen Habitaten ist und das Rosane in den Rosen, weil es farblich besser passt. Problem war, in dem einen Habitat war also gar nichts mehr, was interessiert hat. In dem nächsten auch nicht mehr. In dem nächsten auch nicht mehr. Und in dem letzten Habitat, da habe ich noch Viscora gebraucht, da habe ich noch das Blaue Shalellos gebraucht, da habe ich noch Lapras für die XL-Bormons gebraucht. Du hattest eine Stunde dann sozusagen Zeit, um alles mit einmal zu machen, während du bei den anderen eigentlich hättest schlafen können, bis das mal vorbei ist. Wir haben hier also Shalellos zweimal, das ist einmal männlich, einmal weiblich, das ist aber jetzt egal, das werde ich jetzt einmal entwickeln hier für das Video, dass ihr das seht. Das Rode Shalellos zu Gastrodon, ja, damit auch vollständig im Pugetix, ja, könnte man sagen, kann man sich das andere bestimmt auch schon angucken, aber wir wollen natürlich beides entwickeln. Erinnert mich auch an Fritz, weil damals, als wir gezockt haben, hatte ich einen Gastrodon in meinem Team und habe das dann immer Fritz genannt. Das war doch cool. Wenn ihr noch wisst, welches Spiel das war, dann schreibt es rein, ich habe es nämlich gerade vergessen. Müsste aber Perle gewesen sein. So, das Blaue haben wir auch am Start, auch hier beide weiblich diesmal. Das werden wir auch entwickeln, auch wenn es so aussieht, als wäre es nun schon entwickelt, weil unten ist der Schatten jetzt weg. Vielleicht, dass ihr das weibliche, äh, das, das Rosane habt, ist das Blaue auch automatisch ausgefüllt. Wahrscheinlich auch im Pugetix, also eigentlich reicht es, wenn ihr eins von beiden habt und einmal durchentwickelt, dann ist alles da, aber wir wollen ja die Familien auf der Hand haben. Neuer Rekord, Kleinstes, Leichtestes. Ach, wo ich das sehe, muss ich gerade nochmal kurz, Showcases. Habt ihr mitbekommen, dass es Showcases gab? Gestern gab es Showcases mit Viscora und Pikachu. Was habe ich gefunden? Ich glaube, drei Pikachu-Showcases. Und dann konnte ich mich ja nicht mehr setzen. Heute, 10 bis 18 Uhr, gibt es Showcases mit Raiquaza und Pikachu. Ihr könnt euer größtes Raiquaza irgendwo reinsetzen in den Pokestop. Das ist cool, das ist das erste Mal, dass es ein legendäres gab für den Showcase. Was habe ich gefunden? Dreimal Pikachu-Showcase. Bin jetzt damit fertig. So, dann können wir da nochmal reingucken beim Showcase. Wie weit ich noch wo, wie, wo, warum sitze. Ja, dann habt ihr hier das 100er, natürlich Praktibalk. Dann habt ihr WhatsApp, habt ihr zwei Stück. Beides auch weiblich. Hat hier so eine leicht Limettenfarbe. Also es ist nicht mehr so schön. Kräftig gelb, wie es war. Das hat so einen gelb-grünlichen Touch. WhatsApp. Wird aber jetzt auch entwickelt hier, durchgezogen. Das fand ich auch cool, also. Fand ich auf jeden Fall spektakulärer als die zwei Gastrodon. Und hier Voltula mit Schwarz, mit dem schwarzen Arsch hinten dran. Das sieht so genial aus, wenn dann neuer Rekord links und rechts steht und oben GoFest Global. Weil das ja auch so eher lila ist. So, Voltula ist noch dabei gewesen. Genau. Und habt ihr hier den 100%igen Henri, also den Henry. Dann haben wir hier, das haben wir ja mega entwickelt. Kommandutan, können wir kurz noch zeigen. Kommandutan war ja auch neu als Shiny dabei. Ist jetzt rosa. Sieht aus wie ein Energy Drink irgendwie. Die Energy Drink Version von Kommandutan. Nimmt mal mit. Kann man machen. Und, was ich persönlich am besten, am genialsten, am hübschesten, am süßesten fand, ist eben wie Scora. Guckt's euch doch mal an. Wie süß das ausschaut, oder? Das ist so genial. Diese kleine, süße Schnecke. Und die haben wir hier. Einmal so. Dann hier so. Dann hier so. Wir lassen die kleine klein. Wir machen die mittlere ein Stück größer. Bei Scora habt ihr jetzt aber das Problem, das könnt ihr nicht einfach so durchentwickeln. Ich glaube, das war ja geknüpft an ein Regenmodul. Dass man das, wenn man ein aktives Regenmodul hat, das erst dann entwickeln kann. Wir entwickeln jetzt erstmal. Ich muss immer gucken, Viscargot ist das zweite, oder? Viscora, Viscargot mit lilanen Augen. Das gleiche machen wir jetzt auch hier mit dem Großen. Einmal von Viscora zu Viscargot. Und das ist es mir jetzt wirklich wert, dass ich extra jetzt ein Regenmodul zünde. Hier an einem Stopp. Nur um das dann zu entwickeln. Juhu. Das heißt, wer das merkt, kann schnell dahin und kann dann die Spawns abgreifen. Richtig genial. Nee, also mir wurscht. Ich hoffe, es macht hier keiner irgendwas. Ja, ansonsten waren das nämlich die Shinies. Ich muss also mal hier auf den Stopp, muss mal hier drauf und muss jetzt nicht verdrücken, ein Regenmodul zünden, damit ich jetzt ein Viscargot, nämlich das hier nehme und das jetzt eben zu Viscora, Viscargot, Viscogon, Viscogon entwickle. Wenn es dort steht, weiß ich es, da kann ich es ja nicht einfach ablesen und es ist ein. Super netter, süßer Dinosaurier, Viscogon, guck den dir doch an. Wieso hat er eben so eklige Augen gehabt? So einfach nur tief, lila, komplett dicht und alles, wenn der hier doch eigentlich so schön aussieht. Also, das verstehe ich nicht. Er ist immer noch schleimig, er tropft immer noch aus allen Löchern, guck dir das an. Das ist eigentlich das schönste Shiny vom GoFaced für mich, muss ich sagen. Was sagt ihr? Welches war für euch das schönste Shiny vom GoFaced? Schreibt es mal in die Kommentare. Da gucke ich mal kurz hier im Heute-Tab, wie weit wir hier sind. Pikachu, Pikachu, Pikachu. Ein Pikachu ist auf dem zweiten Platz und das ist auf dem Friedhof. Wer spielt denn bitte schön auf dem Friedhof? Wie geisteskrank ist das denn? Wer lädt jetzt hier ein? Taiwa lädt ein zu einem Raid. Grüße gehen raus, das war es von meiner Seite aus. Nächstes Jahr sieht die Welt bestimmt anders aus. Da sind wir mit einem Buggy unterwegs, denke ich. Da wird es vielleicht wieder kommen mit Gera, mit Thomas, mit Genaya. Wenn alle noch leben, warum nicht? Vielleicht habt ihr dann auch Bock, nächstes Jahr in Gera ein bisschen mit rumzurennen, mit rumzuhausen zum globalen GoFest, wenn das wieder so stattfindet. Und ich hoffe, nächstes Jahr eins in Deutschland irgendwo mit einem Vorort wie in Berlin letztes Jahr. Ja, denn das hat mir ein bisschen gefehlt, dieses ganze Feeling drumherum. Danke an Pupsi. Ohne dich hätte ich auch die ganzen Shinies nicht zusammen. Gerade, ähm, ja, Kommandutan musste sie mir eins so abgeben. Dann, wie's, nee, WhatsApp sind, glaube ich, auch beide von ihr. Ich habe selbst gar keins bekommen. Deswegen ohne Pupsi wäre ich nichts. Ohne Pupsi hätte ich nichts. Danke Pupsi dafür. Und mal gucken, wie es weitergeht. Mal gucken, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Was war euer Highlight beim GoFest? Und was ist euer Lieblings-Shiny von den Shinies oder von den neuen Shinies, die es gab? Schreibt es mir in die Kommentare. Ciao.